So, willkommen zurück bei Afraid of Monsters. Wie ihr sehen könnt, anscheinend hat die Webcam tatsächlich funktioniert. Zumindest sah es so aus, als ob es bei der ersten Folge funktioniert hätte. Ich habe keinen irgendwelcher Ruckler aus irgendwas sehen können. Oder feststellen können, besser gesagt. Und wir werden jetzt hier in den Keller schauen, auch wenn ich eigentlich keine Lust dazu habe. Schön. Jetzt jump. Check Power. Ach, damit wir... Ich ziehe schon mal die Waffe. Da wird bestimmt irgendwas Böses passieren. Dann geht es also los. Die Taschen haben ein bisschen nicht drauf gerade. Ich bin ein bisschen drauf. Ich bin ein bisschen drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020